F-T-S, we play the games! Ja, ähm, wie gesagt, ich bedanke mich. Ich mich auch. Ja, für eure Treue, finde ich gut. Und deswegen haben ich und mein Bruder uns was überlegt, was ganz Tolles, extra für euch. Ja. Und zwar ein kleines Gewinnspiel. Jetzt schon. Jetzt schon. Alle fünf Abonnenten, gibt es ein Gewinnspiel? Nein. Sponsort von meinem Bruder? Ja, sponsort von mir. Ja, genau, ein kleines Gewinnspiel und zwar mache ich ja ein Duke Nukem Let's Play. Ich habe es schon durch, die restlichen Folgen kommen dann die nächsten Tage. Bis das Video oben ist, hast du wahrscheinlich schon alle. Nee, 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 ich baue noch ein bisschen. Ich halte es mal in die Kamera. Wir haben ja gar keine Kamera. Nein, aber da ich es jetzt durch habe und es nicht mehr brauche, verlose ich es an euch. Ich, Volume ist heiß, jeder Timur, du darfst nicht so laut reden. Ja, ist egal, ich drehe das nachher digital wieder runter oder analog mal sehen. Du hast keine Ahnung, worauf hast du gerade gehört? Nein, habe ich auch nicht. Ich weiß nur, das Programm nimmt auf, das reicht mir auch schon. Nee, folgendermaßen. Und zwar habt ihr, verdammt, wie wollten wir es nochmal machen? Achso, ja, genau. Wir machen ein Beef und ihr könnt dann raten, wer das Gewinn des Beef bis zum 24.07. ist Stichtag. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wer gewinnt, welches Spiel. Vielleicht habt ihr auch ein paar Vorschläge, könnt ihr schreiben. Ja, genau, könnt ihr auch machen. Einzige Bedingung ist, dass ihr uns abonniert haben müsst, weil das ja ein Gewinnspiel für unsere treuen Fans, für unsere Zuschauer, für unsere Abonnenten sein soll und nicht für jeden, dass da nicht einfach jeder mitmachen kann, der uns nicht guckt. Genau. Ja, wie mein Bruder schon gesagt hat, 24.07. Stichtag, ratet oder macht Vorschläge. Wir biefen dann und der Gewinner. Und dann gibt es dann halt, gibt es dann wahrscheinlich mehrere Gewinner. Die werden dann per Zufallsprinzip, müssen wir mal gucken, irgendwie dann ausgelost. Machen, ja. Und derjenige wird dann von uns angeschrieben und der muss uns dann halt seine Anschrift sagen, damit wir das zuschicken können. Genau. Was wolltest du sagen? Wir haben doch alles gesagt. Ja. Vielen Dank. Nein, ich wollte noch irgendwas sagen. Egal, mir fällt es nicht mehr ein. Passt schon. Nochmal vielen Dank von mir, von meinem Bruder fürs Abonnieren. Ich hoffe, ihr habt noch eine lange, lange, lange Zeit Spaß an unseren Videos. Bald kommt auch wieder von meinem Bruder mehr. Ja, gerade Stress. Ja, Schule und so. In zwei Wochen. Da geht es ab. Da geht es richtig ab. Da kommen wieder zwei Folgen und dann ist es wieder gut für ein Jahr. Er hat schon mal durchsicken lassen, was er als nächstes macht. Ich finde es sehr geil. Freut euch drauf, wenn er es macht. Na klar. Ja, ich sage noch nicht was. Noch haben wir es nicht on tape. Kannst du mich noch mal erinnern? Ja. Nee. Gut. Wie gesagt, 24.07. Schreibt in die Comments. Wer das B... Achso, jetzt weiß ich, was ich sagen will. Bitte nicht zu viel für meinen Bruder stimmen. Ich habe auch eine minimale Chance zu gewinnen. Achso, ja. Wie viel steht es überhaupt? 3-0 für mich? Ah, die Klappe. Ich suche mir... Die wählen jetzt nämlich alle... Sagen alle, Florian gewinnt. Dann wählt man ganz leicht jetzt und du lässt mich absichtlich gewinnen. Nee. Damit das Spiel hier bei uns bleibt, meinst du? Ja. Nein, nein, nein. Spaß. Nein, nein. Es wird nichts gefakt und so. Nein, ihr ratet einfach und wir... Guck mal, jetzt wissen sie doch, dass es gefakt ist und es gar keiner gewinnen kann, wenn du das so erwähnst. Es glaubt wieder keiner, dass es nicht gefakt ist. Nee. Weißt du, jetzt wissen sie doch, dass es gefakt ist. Dass wir uns mit Senaka und Saber mitmachen, um dass es bei uns bleibt, das Spiel. Ja. Mein Gott. Naja. Okay, 24.7. Ein letztes Mal. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Abonnieren. Ja, ist gut jetzt. Ja, ich bin Schleimer. Schleim mich nicht so ein. Ich weiß, ich bin Schleimer. Ich mache jetzt hier Stopp. Das nächste Special kommt dann bei 200.000 Abonnenten. Also ungefähr in zwei Wochen. Ja. Nee, das nächste wird bei zwischen 20 und 50. Nein, du willst alle Fortschlein und Special machen. Bei 50. Ja, ich bin Special. Höchstens. Wie heißt das? Ach, egal. Nein, ja. Schon wieder fünf Minuten für die Ankündigung. Ja, für ein... Nein, es ist ein Dankeschön. Vielen Dank fürs Abonnieren. Nein. Jetzt habe ich schon wieder die Hand verloren, verdammt. Wir waren fertig. Du wolltest gerade aufhören. Ich wollte Stopp machen. Ja. Also hier nochmal 24.07. Wer gewinnt, schreiben. Flo, Timo. Vielleicht Vorschlag und ja. Dann laden wir das Beef hoch und dann wird ausgelost und dann könnt ihr gewinnen. Duke Nukem. Habe ich schon gesagt, dass man Duke Nukem Forever gewinnt hat. Halt es nochmal in die Kamera. Halt es nochmal in die Kamera. Das war die Gag. Was denn? Ja. Was denn? Du wolltest was sagen, dass du Duke Nukem... Nein. Come get some steht hinten drauf. Ja. Und das Coole ist, wenn man das Ding nicht aufmacht, dann steht hier drin, ich kann mal... Ich kann es... Ich heize es mal in die Kamera. Ich wollte gerade fragen, warum es jetzt 2 sehen ist, aber da ist schon noch Witcher 2 drin. Könnt ihr übrigens... Nein. Nein. Wenn ich Witcher durch... Nein. Das ist ja deine Special Edition. Das ist die Special Edition. Die gebe ich nicht her. Nein, wenn man das aufmacht... Ich heize es gerade nochmal in die Kamera. Hail to the King steht hinten drauf. Äh, innen drin. Was, was, was... Ja, ich weiß, man kann es nicht lesen. Ich mache jetzt... Also, vielen Dank fürs Abonnieren. Das war gerade... Alter, wir sind zu laut. Ja, ja, macht nichts. Ja, dankeschön fürs Abonnieren, Team. Ja. Viel Spaß mit unseren Videos. Wir sehen uns. 24.7. Tschüss.